Liebe Zuschauer von KTV, am Samstag, den 26. August um 10 Uhr übertragen wir live für Sie die Einkleidungsfeier von drei jungen Postulantinnen bei den Schulschwestern unserer lieben Frau in Auerbach, die vom emeritierten Bamberger Erzbischof Ludwig Schick gefeiert wird. Schalten Sie ein und feiern Sie mit. Zur Freude des Herrn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017